Der Rechtsstreit zwischen Kowalski und Ross war vor 30 Jahren von großem Interesse. Fast unmittelbar nach dem Tod von Bob Ross wurde das Bestreben des Ehepaars Kowalski, die vollständige Kontrolle über die Bob Ross Inc., zu erlangen, die die drei Partner gemeinsam gegründet hatten, zu einem rauen Verhalten. Die Firma wurde im Wesentlichen von Bob Ross am Leben erhalten, dank seiner atemberaubenden Landschaftsgemälde, seiner fesselnden Fernsehsendung und seiner gelassenen Haltung, die von seinen Bewunderern verehrt wurden. Als ich noch zur Schule ging, sagte mein Lehrer zu mir, Bob, ich möchte dir etwas ganz Ehrliches sagen. Ich wünsche mir, dass du nach draußen gehst und Bäume und Sträucher malst und dass du das Malen von Porträts jemand anderem überlässt. Den Kowalskis war klar, dass sie ohne Bob nicht so viel Geld verdienen würden, wie wenn sie seine Bilder und Pinsel verkaufen würden. Also taten sie etwas, was man ihnen nicht zugetraut hätte. Im Laufe von drei Jahrzehnten hat die Familie Ross die egozentrischen Ziele der Kowalskis offengelegt und damit bewiesen, was wir alle über die beiden gedacht und vermutet haben. Welche extremen Maßnahmen haben die Kowalskis ergriffen, um ihr Geld auf Kosten der Familie Ross zu vermehren? Sie werden verblüfft sein, also sehen sie weiter zu. Militärzeit und frühe Karriere. Bob Ross, der bekannte Fernsehmaler, wurde als Robert Norman Ross am 29. Oktober 1942 in Daytona Beach, Florida geboren. Bevor er ein Opfer von Geiz, finanziellen Problemen und offenbar ständigem psychischen Stress wurde, war Bob Ross eine bekannte Persönlichkeit in der Welt der Fernsehmalerei. Seine prägenden Jahre verbrachte er in den tropischen Temperaturen Floridas, einem Staat, der für sein sonniges Wetter und seine herrlichen Strände bekannt ist. Es war bekannt, dass Bob Ross als kleiner Junge ein respektvoller und ruhiger Junge war. Er hielt sich gerne draußen auf und fand oft Freude an der natürlichen Schönheit, die ihn umgab. Diese frühe Verbundenheit mit der Natur sollte sich später als ein wichtiger Faktor für die Entwicklung seiner charakteristischen Maltechnik erweisen. Jack Ross, Bobs Vater, war in seinen jungen Jahren Bauunternehmer und Zimmermann. Wenn es darum ging, für seine Familie zu sorgen, war Jack für seine starke Arbeitsmoral und seine Hingabe an die Sache bekannt. Wenn er zu seinen Baustellen fuhr, nahm er Bob oft mit. Dort beobachtete und lernte Bob die Bau- und Handwerksprozesse kennen. Durch die Zeit, die er mit seinem Vater verbrachte, konnte Bob einen Sinn für Geduld und Detailgenauigkeit entwickeln. Fähigkeiten, die sich später in seinem künstlerischen Werk widerspiegeln sollten. Die Beziehung zwischen Bob und seinem Vater war jedoch nicht immer einfach und die Gründe dafür sind im Folgenden zu finden. Aufgrund der Tatsache, dass Jack ein strenger Mensch war, waren ihre Begegnungen manchmal angespannt. Trotzdem hatte Bob großen Respekt vor den mühevollen Bemühungen seines Vaters und den Talenten, die er ihm beigebracht hatte. Olli Ross, Bobs Mutter, war eine gütige und liebevolle Person, die Bob die emotionale Unterstützung gab, die er brauchte. Sie war immer da, um ihm ein freundliches Wort oder ein süßes Lächeln zu schenken. Und sie war diejenige, die seine künstlerische Seite sein ganzes Leben lang unterstützte. Der Einfluss von Olli hat Bob bei Ei der Entwicklung seiner kreativen Fähigkeiten sehr geholfen. Trotz der Tatsache, dass seine Hobbys und Leidenschaften seltsam zu sein schienen, drängte sie ihn oft dazu, ihnen nachzugehen und seine Interessen zu erkunden. Jim, Bobs Halbbruder, war älter als Bob. Bob war der Jüngere der beiden Söhne. Da sie nicht immer in der gleichen Familie wohnten, war Jims Anteil an Bobs Leben eher unregelmäßig. Trotzdem hatten die beiden eine Verbindung, die durch die gemeinsamen Erfahrungen mit ihren Familien noch vertieft wurde. Zwischen Jim und Bob gab es zahlreiche Beispiele brüderlicher Verbundenheit. Und Jim kümmerte sich stets um Bob. Aufgrund des Altersunterschieds zwischen ihnen und der unterschiedlichen Lebenswege, die sie eingeschlagen hatten, standen sie sich jedoch nicht so nahe wie andere Geschwister. Trotzdem hatte Jim einen positiven Einfluss auf Bob, vor allem dadurch, dass er ihm half, die Herausforderungen zu meistern, die sie als Familie hatten. Als Bob ein Kind war, reiste seine Familie viel durch den Bundesstaat Florida. Die Tatsache, dass Bob ständig unterwegs war, machte es ihm schwer, Beziehungen zu knüpfen, die ein Leben lang halten würden. Stattdessen fand er Trost in der Gesellschaft seiner eigenen Familie und in den Tieren, die er oft versorgte. Bobs Leidenschaft für Tiere war so ausgeprägt, dass er große Anstrengungen unternahm, um verletzte Tiere zu retten und wieder gesund zu pflegen. Seine Mutter, die seine Liebe zu Tieren teilte und seine Bemühungen um sie unterstützte, war es, die diese sensible Seite in ihm förderte und ihm half, ihr volles Potenzial zu entwickeln. Der zärtliche und mütterliche Ansatz, den er schließlich in seiner Fernsehsendung vertrat, war eine direkte Folge seiner frühen Erfahrungen, als er für die Pflege von Lebewesen verantwortlich war. Bob hatte in seinen Teenagerjahren viele der üblichen Probleme, die mit der Pubertät einhergehen. Diese Schwierigkeiten wurden noch verstärkt durch die Schwierigkeiten, die mit einer nicht immer stabilen Familie verbunden waren. Bobs Leben wurde durch die zeitweise turbulente Ehe seiner Eltern stark beeinträchtigt. Trotz dieser Herausforderungen blieb er ein junger Mann, der als sensibel und fürsorglich galt. Die Tatsache, dass Bob in der Lage war, die Schönheit der Welt um ihn herum zu entdecken, selbst wenn er schwierige Umstände durchlebte, war ein Beweis für seine Hartnäckigkeit und Entschlossenheit. Mit 18 Jahren beschloss Bob, sich BI der United States Air Force zu melden. Die Tatsache, dass er nach Stabilität und einem Gefühl der Zielstrebigkeit suchte, trug zu seiner Entscheidung bei. Da er beim Militär stationiert war, war er einer Vielzahl unterschiedlicher Umgebungen und Situationen ausgesetzt. Er war weit weg von Florida stationiert. Während dieser Zeit war er in Alaska stationiert, und dort lernte er die atemberaubenden Landschaften kennen, die später als Inspirationsquelle für einen Großteil seiner Kunstwerke dienen sollten. Es war die weite, unberührte Wildnis Alaskas, die einen unauslöschlichen Eindruck auf ihn machte und ihm eine noch tiefere Wertschätzung für die natürliche Welt vermittelte. Während seiner Zeit bei der Air Force begann Bob, seine künstlerischen Fähigkeiten ernster zu nehmen und wurde immer kreativer. Wenn er etwas Freizeit hatte, malte er oft, und die natürliche Pracht Alaskas diente ihm dabei als Inspiration. Seine Mutter ermutigte ihn immer wieder, seine kreativen Interessen zu verfolgen, indem sie ihn mit Malmaterial versorgte und ihm Briefe schrieb, in denen sie ihn ermutigte. Da Jack Bobs Begeisterung für die Malerei nicht nachvollziehen konnte, war die Beziehung zwischen Bob und seinem Vater weiterhin von Schwierigkeiten geprägt. Ungeachtet der Umstände blieb Bob hartnäckig und trieb sich selbst durch seine Leidenschaft für die Malerei und die Unterstützung durch seine Mutter voran. In den Anfängen seines Berufs als Maler begann Bob Ross seine Karriere, als er noch bei der Air Force diente. Er arbeitete als medizinischer Archivar, als er in Alaska stationiert war, wo er im Einsatz war. In seiner Freizeit schuf er Porträts von der atemberaubenden Landschaft Alaskas, die er überall um sich herum sah. Seine Kreativität wurde durch den Schnee, die Bäume und die Berge entfacht. Nach langen und stressigen Arbeitstagen wandte er sich der Malerei zu, um sich zu entspannen und mit sich selbst im Reinen zu sein. Anfangs lernte Bob das Malen, indem er Bücher las und anderen Malern bei der Arbeit zusah. Er investierte viel Arbeit und experimentierte mit einer Vielzahl von Ansätzen und Methoden. Er war fest entschlossen, seine Fähigkeiten zu verbessern. Bob begeisterte sich so sehr für die Malerei, dass er sich entschloss, Kunstunterricht zu nehmen. Eines Tages sah er zufällig eine Fernsehsendung, die von einem Mann namens Bill Alexander präsentiert wurde. Er malte nach der Methode Nass in Nass, die es ihm ermöglichte, ein Bild in kürzester Zeit fertigzustellen. Bob war von dieser Methode so fasziniert, dass er beschloss, sich selbst in diesem Bereich weiterzubilden. Daraufhin beschloss Bob, aus der Air Force auszuscheiden, um anderen Menschen das Malen beizubringen. Zu Beginn gab er Seminare und Kurse in kleinerem Rahmen. Seine Art zu unterrichten war freundlich und ermutigend und die Leute wussten das zu schätzen. Obwohl er die Malerei als mühelos und unterhaltsam darstellte, verdiente Bob zu dieser Zeit nicht viel Geld mit seinen Kunstwerken. Tatsächlich war es viel schlimmer, als er es sich vorgestellt hatte. Immer wieder hatte er Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen. Um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, musste er andere Jobs annehmen, ZB als Barkeeper. Bob gab seinen Ehrgeiz nicht auf, obwohl er finanzielle Schwierigkeiten hatte. Er glaubte an seine künstlerischen Fähigkeiten und an seine Begeisterung für die Malerei. Auch Jane, seine Frau, unterstützte ihn sehr stark. Selbst in schwierigen Zeiten trieb sie ihn an, es weiter zu versuchen, denn sie glaubte an seinen Traum und an ihn. Zu Bobs ersten Bewunderern gehörten seine Zeichnungen der natürlichen Welt. Sie bewunderten die Art und Weise, in der es ihm gelang, die Pracht der Natur einzufangen. Doch anfangs erkannte nicht jeder seinen Stil an, obwohl seine Bilder die Fähigkeit besaßen, die Menschen zufrieden und ruhig zu stimmen. Bob ließ sich von der Kritik nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn einige Leute der Meinung waren, seine Bilder seien zu einfach oder zu untypisch für die herkömmliche Kunstform. Obwohl er weiterhin lehrte und malte, behielt er stets eine angenehme Haltung bei. Schließlich lernte Bob Bill Alexander kennen, den Fernsehmaler, den er mochte. Bob wurde ermutigt, ein Wanderlehrer für Bills Malstil zu werden, nachdem Bill von Bobs Fähigkeiten angetan war und ihn einlud, Ausbilder zu werden. Durch diese Chance konnte Bob eine größere Anzahl von Menschen unterrichten und Anhänger gewinnen. Um anderen beizubringen, wie man mit der Nass-in-Nass-Methode malt, reiste er quer durch die Vereinigten Staaten. Immer mehr Menschen erkannten und schätzten seinen einzigartigen Ansatz. Und seine Kurse wurden immer beliebter. Während dieser Zeit verdiente Bob weiterhin ein wenig Geld. Er schlief oft in billigen Hotels und ernährte sich einfach. Um Geld für den Haarschnitt zu sparen, trug er sein Haar zu einem großen, lockigen Afro. Später wurde diese Frisur zu einem seiner Markenzeichen. Bobs Hingabe an seiner Arbeit trotz der finanziellen Schwierigkeiten, die er hatte, zeugte von echter Begeisterung und Tatkraft. Die Zahl der Menschen, die Bob Ross folgten, wuchs. Und sie bewunderten sein warmes und angenehmes Auftreten. Er hat ein einzigartiges Talent, jedem das Gefühl zu geben, dass er malen kann. Er behauptete oft, dass es keine Fehler gibt, sondern nur glückliche Zufälle, was die Menschen dazu inspirierte, kreativ zu sein, ohne Angst vor einem möglichen Misserfolg zu haben. Er war ein beliebter Pädagoge und Künstler, weil er eine fröhliche und fürsorgliche Einstellung hatte. Schließlich erhielt Bob die Gelegenheit, seine eigene Fernsehsendung mit dem Titel »The Joy of Painting« zu moderieren. Durch diese Sendung konnte er mit einem noch größeren Publikum kommunizieren. Zahlreiche Menschen aus dem ganzen Land schalteten ein, um ihn malen zu sehen und von seiner beruhigenden Stimme und seinen einfachen Methoden zu profitieren. Seine Bewunderer bewunderten die Tatsache, dass er das Malen für jeden zugänglich machte, nicht nur für Menschen mit einer formalen künstlerischen Ausbildung. Bob Ross hatte ein Privatleben, das während seines gesamten Lebens von Liebe, Kämpfen und Engagement für seine Familie geprägt war. Er war dreimal verheiratet. Und jede dieser Ehen war mitentscheidend dafür, wie sein Leben schließlich endete. Jetzt werden Sie herausfinden, warum. Romantik und weitere Prüfungen. Vivian Rich wurde Bobs erste Frau. Man schrieb das Jahr 1965 und Bob war noch ein relativ junger Mann, als sie den Bund der Ehe schlossen. Sie bekamen einen Sohn, den sie Steve nannten. Später schlug Steve Ross ebenfalls eine Karriere als Maler ein und trat damit in die Fußstapfen seines Vaters. Die Beziehung zwischen Bob und Vivian war von Schwierigkeiten geprägt. Vor allem, weil Bob aufgrund seines Dienstes bei der Luftwaffe oft von zu Hause weg war. Obwohl sie sich bemühten, ihre Ehe aufrechtzuerhalten, beschlossen Bob und Vivian schließlich, sich scheiden zu lassen. Nach der Scheidung von Vivian begann Bob eine Beziehung mit Jane Zanadelli. Die Liebe, die Bob für die Malerei empfand, wurde von Jane sehr gefördert. In der Zeit, in der er seinen Beruf als Künstler ausübte, unterstützte sie ihn und glaubte an seine Ziele. Im Jahr 1977 heirateten Bob und Jane und es begann ein wunderbares gemeinsames Leben. In finanziell schwierigen Zeiten war Jane nicht nur eine liebevolle Ehefrau, sondern auch eine wunderbare Stütze für Bob. Das galt besonders für die schwierigen Zeiten. Jane war immer da, um ihn bei seinen künstlerischen Arbeiten zu unterstützen und begleitete ihn, wenn er mal Seminare gab. Sie war auch eine seiner Reisebegleiterinnen. Selbst in schwierigen Zeiten konnte Bob durchhalten, weil Jane an seine Fähigkeiten glaubte und ihn ermutigte, es weiter zu versuchen. Gemeinsam überwanden sie viele Schwierigkeiten, aber die Liebe und die Zusammenarbeit, die sie teilten, machten sie zu einer hervorragenden Kombination. Dann schlug das Unglück zu. Im Jahr 1992 starb Jane nach schwerer Krankheit. Dies war ein sehr schwerer Moment für Bob. Obwohl der Tod von Jane ein großer Verlust für ihn war, konzentrierte er sich weiter auf seine Malerei und seine Lehrtätigkeit, auch um seine Trauer über den Verlust von Jane zu bewältigen. 1995 nahm Bob seine romantische Beziehung zu Linda Brown wieder auf. Sie fanden zueinander und entwickelten auf Anhieb eine tiefe Verbundenheit. Gegen Ende desselben Jahres heirateten Bob und Linda. Als Bob eine schwierige Zeit in seinem Leben durchmachte, war Linda da, um ihn zu trösten und ihm Gesellschaft zu leisten. Sie war eine freundliche und hilfsbereite Bezugsperson. Obwohl es nur eine kurze Ehe war, konnten sie sich gegenseitig viel Liebe und Unterstützung geben. Bob war für seine freundliche und fürsorgliche Persönlichkeit in all seinen Ehen von Anfang bis Ende bekannt. Seinem Sohn Steve galt seine ganze Aufmerksamkeit und er war ein hingebungsvoller Ehemann. Vor allem, wenn Bob nicht mit seinen militärischen Pflichten beschäftigt war, verbrachten er und Steve viel Zeit miteinander. Bob unterrichtete Steve nicht nur gerne in der Malerei, sondern brachte ihm auch die Natur näher und zeigte ihm, wie man die Schönheit der Welt um sich herum erkennt. Am meisten schätzte Steve den brillanten und einfühlsamen Lehrstil seines Vaters. Durch Bobs freundliches und sanftes Wesen wurde das Lernen für Steve noch angenehmer und interessanter. Sie verbrachten viel Zeit zusammen beim Malen und Steve lernte viele Maltechniken von seinem Vater. Wie bei seinem Vater wuchs auch bei Steve die Leidenschaft für die Malerei, als er sich seinem Alter näherte. Bob unterstützte Steve unermüdlich bei seinen kreativen Bemühungen und ermutigte ihn, seiner Leidenschaft nachzugehen. In Bobs Fernsehsendung »The Joy of Painting – Die Freude am Malen« war Steve gelegentlich zu sehen und in solchen Episoden malten die beiden gemeinsam. Die Zuschauer amüsierten sich köstlich, als sie sahen, wie das Vater-Sohn-Gespann zusammenarbeitete und beeindruckende Kunstwerke schuf. Steve fasste den Entschluss, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und eine Karriere als Maler anzustreben. Er entwickelte nicht nur seine künstlerischen Fähigkeiten, sondern begann auch, Malunterricht zu erteilen. Bob war sehr stolz auf Steves Leistungen und freute sich, dass sein Sohn das Familienerbe fortführte. Bei der Freundschaft zwischen den beiden ging es um mehr als nur um Kunst. Sie hatten eine Vielzahl anderer gemeinsamer Interessen und wann immer sie die Gelegenheit hatten, verbrachten sie viel Zeit miteinander. An diesem Punkt werden die Dinge immer interessanter. Ein anderes Kind, das Bob Ross als Teenager hatte, ist Gegenstand eines kuriosen Geheimnisses. In der Zeit, in der Bob noch dabei war, den Übergang zum Erwachsensein zu meistern, war er in eine Beziehung verwickelt, die unerwartet zur Geburt eines Kindes führte. Dieser Aspekt von Bobs Leben ist nicht besonders bekannt, da er in der Öffentlichkeit nicht viel darüber gesprochen hat. Folglich sind die Einzelheiten dieser Beziehung und des Lebens des Kindes nicht ganz klar. Es gibt eine weitverbreitete Annahme, dass Bob ein Kind mit einem Mädchen hatte, das er als Teenager kannte. Es gibt jedoch keine Beweise dafür, was letztendlich mit dem Kind geschah oder was sich in dieser Phase seines Lebens wirklich ereignete. Es gibt viele Fans, die fasziniert sind und in die Tiefe gehen müssen. Aber sie haben sich nicht festgelegt und ihre Gedanken sind subjektiv. Obwohl die Identität des Kindes, das während Bobs Jugend verschwunden ist, immer noch ein Rätsel ist, ist es mehr als offensichtlich, dass Bob seine letzten Jahre seiner Familie gewidmet hat, insbesondere seinem Sohn Steve und seiner Liebe zur Malerei. Auf seinem Weg zu einem bekannten TV-Maler hatte Bob Ross eine Reihe von bedeutenden Ereignissen. Doch das Bedeutendste ist wohl seine Partnerschaft mit den Kowalskis. Viele Aspekte seines Lebens und seiner Arbeit haben sich durch diese Zusammenarbeit verändert. Damals gab es eine Person, die eine Leidenschaft für die Kunst hatte und Bob dabei unterstützen wollte, seine Malkünste einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Die unverwechselbare Art und Weise, wie Bob unterrichtete, sowie sein ruhiges Auftreten erregten Annettes besonderes Interesse. Sie war der Meinung, dass Bob gerne einer großen Anzahl von Menschen das Malen beibringen würde. Den Kowalskis war klar, dass Bobs Fähigkeiten vielversprechend waren. Sie konnten ihn dazu überreden, eine Fernsehsendung zu produzieren, in der er den Zuschauern das Malen beibringt. Anfangs war Bob etwas ängstlich, da er nicht sicher war, ob sein Stück den Zuschauern gefallen würde oder nicht. Annette und Walt ließen sich jedoch auf ihn ein und versprachen, bei der Produktion der Sendung zu helfen. Gemeinsam arbeiteten sie an der Produktion der ersten Episoden von The Joy of Painting. Für die Zuschauer war es einfach, Bob zu folgen, da er klare Anweisungen gab und in einem beruhigenden Ton sprach. Obwohl Bob sich in erster Linie um das Unterrichten und Malen kümmerte, waren die Kowalskis für die geschäftliche Seite der Dinge zuständig. Mit Bobs kreativen Fähigkeiten und den geschäftlichen Kenntnissen der Kowalskis bildeten sie eine beeindruckende Partnerschaft. Die Menschen verliebten sich sofort nach der Ausstrahlung der ersten Episoden in Bobs Unterrichtsmethode. Seine ruhige Persönlichkeit und die atemberaubenden Landschaften, die er einfing, zogen viele Menschen in ihren Bann. Infolge der enormen Popularität der Sendung wuchs Bobs Bekanntheitsgrad. Die Kowalskis waren maßgeblich an der Leitung der Produktion beteiligt und sorgten dafür, dass alles reibungslos ablief. Als die Zahl der Zuschauer zunahm, beschlossen Bob und die Kowalskis, ihr Unternehmen zu erweitern. Um den Zuschauern die Möglichkeit zu geben, die Pinsel, Farben und Leinwände zu kaufen, die Bob in der Sendung verwendete, begannen sie mit dem Verkauf von Malmaterial und Malsets. Dadurch wurde es für die Zuschauer viel einfacher, die Sendung zu verfolgen und zu Hause ihre eigenen Meisterwerke zu schaffen. Bobs Partnerschaft mit den Kowalskis war mehr als nur eine geschäftliche Partnerschaft. Es entwickelte sich eine starke Freundschaft zwischen den beiden. Sie hatten gegenseitigen Respekt voreinander und arbeiteten gut zusammen. Die Kowalskis erkannten Bobs Vision und wollten ihn bei der Verwirklichung seiner Ziele unterstützen. Dank ihrer Unterstützung konnte sich Bob auf das konzentrieren, was ihm am meisten Spaß machte, nämlich anderen das Malen beizubringen und Freude an der Kunst zu vermitteln. Allerdings verlief nicht immer alles nach Plan. Gelegentlich kam es zu Meinungsverschiedenheiten. Als das Unternehmen expandierte, waren sie gezwungen, schwierige Entscheidungen zu treffen, um sicherzustellen, dass alles weiterhin gut funktionierte. Obwohl Bob und die Kowalskis in vielen Fragen unterschiedlicher Meinung waren, gelang es ihnen immer, einen Kompromiss zu finden, der den Erfolg des Programms sicherstellte. Eines Tages wurden sie mit einer Herausforderung konfrontiert, die ihren Zusammenhalt auf die Probe stellte. Die Firma stand vor einigen finanziellen Herausforderungen und sie mussten sich innovative Lösungen einfallen lassen, um das Unternehmen lebensfähig zu halten. Annette und Walt beschwichtigten Bobs Sorgen um die Zukunft des Programms, indem sie ihm versicherten, dass sie selbst eine Lösung für das Problem finden würden. Sie setzten alles daran, neue Konzepte zu entwickeln, die mehr Zuschauer anlocken und den Umsatz steigern sollten. Es waren die Kowalskis, die die Idee hatten, mal Seminare und Kurse anzubieten, bei denen jeder die Möglichkeit hatte, direkt von Bob und anderen erfahrenen Lehrern zu lernen. Die Workshops erfreuten sich wachsender Beliebtheit, sodass sich viele Bewunderer einfanden, um ihre Kenntnisse in der Malerei zu vertiefen. Mithilfe dieser neuen Initiative konnte das Unternehmen weiter expandieren, was auch zu höheren Einnahmen für die Ausstellung führte. Die Tatsache, dass die Zukunft der Ausstellung aufgrund von Veränderungen im Rundfunkbereich unklar war, war ein weiteres Ereignis, das einen gewissen Verdacht erregte. Durch die Verbreitung neuer Darbietungen und anderer Unterhaltungsformen bestand die Möglichkeit, dass das Vergnügen des Malens in der Unterhaltungslandschaft an Bedeutung verlieren könnte. Um sich auf diese Entwicklungen einzustellen, mussten Bob und die Kowalskis schnell denken und sich anpassen. Sie beschlossen, die neue Technologie zu nutzen und begannen, das Programm auf Videokassetten anzubieten und nahmen schließlich DVDs in ihre Sammlung auf. Auf diese Weise konnten die Menschen Bob beim Malen zusehen, wann immer sie wollten. Darüber hinaus untersuchten sie neue Ansätze, um mit ihrem Zielpublikum zu kommunizieren, Center B öffentliche Auftritte und Vorführungen bei Kunstveranstaltungen. Dank dieser Bemühungen konnte das Programm weiter bestehen und seine Popularität bewahren. Trotz all dieser Schwierigkeiten blieben Bob und die Kowalskis in ihrem Engagement für ihr gemeinsames Ziel standhaft. Sie unternahmen große Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass die freudige Erfahrung des Malens weiterhin Menschen auf der ganzen Welt motivieren und erziehen würde. Die Grundlage ihrer Verbindung waren Vertrauen, Respekt und eine gemeinsame Leidenschaft für die Kunst. Die Beziehung zwischen Bob und den Kowalskis verfestigte sich im Laufe der Jahre immer mehr. 1991 war das Jahr, in dem sie endlich die Früchte ihrer Arbeit sahen. Ihre Firma begann mit einem einfachen Konzept und wuchs zu einem Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 15 Millionen Dollar. Die Art ihrer Partnerschaft ging über eine einfache Geschäftsvereinbarung hinaus. Es war eine echte Freundschaft, die eine lange Zeit andauerte. Und genau daran haben sie geglaubt, bis zu dem Zeitpunkt, als die Dinge sich rapide zu verschlechtern begannen. Der Verrat der Kowalskis Bob Ross hingegen ging es mehr darum, Menschen beim Erlernen der Kunst und beim Erwerb von hochwertigem Kunstmaterial zu helfen, im Gegensatz zu den Kowalskis, denen es in erster Linie darum ging, viel Geld zu verdienen, auch wenn das bedeutete, Dinge auf eine erfolglose Art und Weise zu tun. Geld war nicht sein primäres Ziel. Er wollte einfach seine Leidenschaft für die Kunst an andere weitergeben, so als hätte er sie selbst schon erworben. Im Laufe der Zeit und aufgrund der Tatsache, dass sie immer häufiger zusammenarbeiteten, begannen andere über ihre Verbindung zu sprechen. Es wurde behauptet, dass Ross und Annette heimlich ineinander verliebt waren, obwohl die Familie Kowalski dies bestritt. Nach einiger Zeit sagte jedoch Ross' Sohn Steve Ross, dass dies stimme und dies war nicht das Einzige, was Steve später bestätigte. Im Jahr 1992 starb Ross' Frau Jane an Krebs, was den Beginn des Zerfalls ihrer harmonischen Ehe bedeutete. Sie hatten einen Vertrag, der besagte, dass im Falle des Todes eines der beiden ihre Anteile zu gleichen Teilen unter den anderen Mitgliedern der Gruppe aufgeteilt würden und nicht an ihre Ehefrauen. Als Jane starb, fand sich Ross mit einem kleineren Anteil an der Firma wieder, für deren Erfolg er gearbeitet hatte. Ross war der Meinung, dass Steve ein hervorragender Maler war und dass er die Kontrolle über die Ausstellung übernehmen könnte, wenn es notwendig werden sollte, aber Steve wollte das nicht. Er war der Meinung, dass es ihrer Beziehung schaden würde. Sie gerieten in einen heftigen Streit darüber und danach schwiegen sie eine ganze Zeit lang. Nach dem Tod von Ross' Frau lebten sie weiterhin getrennt, bis bei Ross eine Krebserkrankung diagnostiziert wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt nahmen sie ihr Gespräch nicht wieder auf. In einem anschließenden Interview bedauerte Steve, dass er nicht in der Lage gewesen war, die Nachfolge seines Vaters anzutreten. Trotz der Tatsache, dass Ross krank und depressiv war, malte er weiter und fand Wege, die Menschen mit jeder Episode glücklich zu machen. Selbst als sich Ross' Zustand verschlechterte, produzierte er weiter Videos. Es fiel ihm schwer, morgens aus dem Bett zu kommen, geschweige denn für die 30-minütigen Episoden zu malen, die seine Fans so liebten. Es gab einen Moment, in dem er sich dieser Herausforderung stellte. Obwohl es Ross nicht gut ging, entschied er sich, seinen Teamkollegen nichts von seinem Zustand mitzuteilen. Er wollte nicht nur weitermalen, sondern die Menschen auch weiterhin mit seinen Witzen und Anekdoten erfreuen. Je näher das Ende seines Lebens rückte, desto mehr malte Ross weiter. Er strengte sich sehr an und produzierte jeden Tag vielleicht drei oder vier Episoden. Es war nicht so, dass er es nur für seine Anhänger tat. Eine andere Sache, die ihm half, seine Krankheit für eine kurze Zeit zu vergessen, war die Malerei. Je näher Ross' Tod rückte, desto beunruhigender wurde es für die Kowalskis. Für den Fall, dass Ross sterben sollte, wollten sie sicher sein, dass das Unternehmen, das sie unter seinem Namen gegründet hatten, weitergeführt werden würde. Als sie versuchten, den nächsten Schritt zu bestimmen, standen sie unter großem Druck. In diesem Moment begannen sie, auf die Stimme des Teufels zu hören, der auf ihrer Schulter saß. Annette Kowalski stattete der Familie Ross einen Besuch ab, da sich Bob Ross in einem kritischen Zustand befand und sich dem Ende seines Lebens näherte. Ihr Besuch war wirklich in jeder Hinsicht unfreundlich. Sie hatte ein Dokument dabei, das Ross dazu zwingen sollte, seinen Namen und seine Bildrechte an sie und ihre Familie zu übertragen. Dies würde das gewünschte Ergebnis bringen. Um nach Bobs Tod ein Denkmal für ihn zu errichten, erklärte Annette Steve Ross, dass der Vertrag nach seinem Ableben unbedingt notwendig sei. Trotzdem war Steve Ross erstaunt über die rasche Veränderung im Verhalten der Kowalskis, die eintrat, als die Nachricht von der Krankheit seines Vaters allgemein bekannt wurde. Trotz der Krankheit seines Vaters weigerte er sich, ihm den Vertrag zu geben. Obwohl Annette ohne Bobs Unterschrift abreiste, waren die Kowalskis nicht bereit, ihr Ziel aufzugeben, die Kontrolle über alles, was mit dem Künstler zusammenhing, zu erlangen. Obwohl es ihnen anscheinend mehr darum ging, die Rechte an Bobs Namen und Image zu erwerben als um den Mann selbst, wuchs ihre Unzufriedenheit mit jedem Tag, an dem Bob den Vertrag nicht unterzeichnete. Obwohl es ihnen nicht gelang, Bobs Unterschrift zu bekommen, übten die Kowalskis weiterhin Druck auf die Familie Ross aus. Obwohl Bob bettlägerig war und versuchte in seinen letzten Tagen etwas Ruhe zu finden, riefen sie weiterhin im Haus an, ohne Rücksicht auf die Tatsache zu nehmen, dass er inkontinent war. Nachdem einige Zeit vergangen war, beschrieb Steve in einem Interview, wie sein Vater, der immer ruhig war, trotz eines Anrufs merklich gereizt wurde. In der Zeit, in der Bob schrie, dass er seinen Namen nicht preisgeben würde, konnte man seine lautstarken Weigerungen aus seinem Zimmer hören. Obwohl Bob sich nie vorstellen konnte, wie weit die Kowalskis nach seinem Tod gehen würden, kämpfte er darum, das zu bewahren, was er schätzte, und die Kowalskis so lange wie möglich von ihm fernzuhalten. Am 4. Juli 1995 verstarb Bob Ross an den Folgen eines Lymphoms. Er war zum Zeitpunkt seines Todes 52 Jahre alt. Trotz Bobs Tod kamen die schrecklichen Ereignisse nicht zum Stillstand. Die unnachgiebigen Bemühungen der Kowalskis, Kontrolle über Bobs Erbe auszuüben, hatten einen erheblichen Einfluss auf die letzten Tage seines Lebens. Sie schikanierten Bobs Familie unerbittlich und zeigten insgesamt einen schrecklichen Mangel an Empathie für Bobs Lage. In den letzten Momenten seines Lebens versuchte Bob, Ruhe und Frieden zu finden. Aber die Telefonanrufe waren eine ständige Quelle des Kummers, die ihn daran hinderte. Steve erinnerte sich lebhaft daran, wie das Klingeln des Telefons dazu führte, dass sein Vater die für ihn typische Ruhe verlor, was in auffälligem Kontrast zu Bobs gelassenem Verhalten stand. Nach dem Tod von Bob Ross konnten die Kowalskis gemäß der zuvor getroffenen Vereinbarung das vollständige Eigentum an der Bob Ross Inc. erwerben, doch der bloße Besitz der Firma reichte den Kowalskis nicht aus. Aufgrund von Bobs Tod war es unvermeidlich, dass die Öffentlichkeit bald davon erfuhr, was schließlich ihren Einfluss schmälern würde. Neben der Firma suchten Annette und Wold Kowalski nach anderen Dingen. Sie befürchteten, dass das Unternehmen ohne Bob Ross, die bekannteste Figur des Unternehmens, nicht mehr florieren würde. Als Ergebnis eines gefühllosen Ziels brauchen sie die Kontrolle über Bobs Namen und Image, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. In dem Bemühen, sein Erbe zu sichern, heiratete Bob Ross seine dritte Frau, eine Krankenschwester, die er im Krankenhaus kennengelernt hatte. Er hoffte, dass diese Heirat seine Familie vor den unablässigen Bemühungen der Kowalskis um seine Besitztümer schützen würde, aber Ross war sich bewusst, dass selbst diese extreme Maßnahme nicht ausreichen würde, um zu verhindern, was passieren würde. Obwohl er sein Vermögen und die Rechte an seinem Namen und seinem Image seinem Sohn Steve und seinem Halbbruder Jimmy Cox vermachte, ließ er auch die Kowalskis aus seinem Testament aus, bevor er starb. Doch die Kowalskis hatten einen Plan. Sie behaupteten, dass fast alle von Bobs Arbeiten als Auftragsarbeiten ausgeführt worden waren, was bedeutete, dass Bob keine Rechte hatte, sein Fachwissen weiterzugeben. Daraufhin begannen sie einen gerichtlichen Kampf, um seinen Nachlass zu erwerben. Wir bedauern, ihnen mitteilen zu müssen, dass die Kowalskis den Rechtsstreit letztlich gewonnen haben. Sie hatten nicht nur die dritte Ehefrau als Ziel vor Augen. Vielmehr hatten sie es auf seinen Halbbruder abgesehen. In ihrem Streben nach Kontrolle beabsichtigten die Kowalskis, das Eigentum an allem zu erwerben, was Bob Ross produziert und bearbeitet hatte. Dazu gehörten die Gemälde, die er schuf, sowie die Pinsel, die er benutzte. In ihrem Streben nach Macht schienen die Kowalskis entschlossen zu sein, sich das gesamte Erbe von Bob Ross anzueignen und dabei nichts unangetastet zu lassen. Auch wenn sie bereits viel durchgesetzt hatten, blieben sie nicht dabei stehen. Die aggressiven rechtlichen Maßnahmen der Kowalskis wirkten sich nicht nur auf die Familie Ross aus. Sie gingen auch gegen WPB-TV vor, einen öffentlichen Fernsehsender, der die bekannte Sendung »The Joy of Painting« von Bob Ross ausstrahlt. Sie verfolgten sogar ein Kinderfernsehprogramm, das im Public Broadcasting Service ausgestrahlt wurde und forderten eine halbe Million Dollar. Im Jahr 1995 trat Bob Ross in dieser Kindersendung auf und das war gegen Ende seines Lebens. Trotz der Tatsache, dass Ross aufgrund seiner Krankheit nicht reisen konnte und mit einem Greenscreen aufgenommen werden musste, blieben die Kowalskis in ihrem Streben nach finanziellem Gewinn so entschlossen wie eh und je. Als alles gesagt und getan war, schien es, als hätten die Kowalskis fast alles in Besitz genommen, was mit Bob Ross verbunden war. Die Familie Ross befand sich zu dieser Zeit in einer äußerst schwierigen und unsicheren Phase. Sie wussten nicht, ob sie dieses große Hindernis überwinden konnten oder nicht. Das Erbe, das Bob Ross hinterlassen hatte, war potenziell bedroht und es schien, als hätten die Kowalskis die ganze Macht in dieser Situation. Im Jahr 2012, als die Kowalskis in den Ruhestand gingen, übernahm ihre Tochter Joan die Leitung des Unternehmens. In den 2010er Jahren startete Joan umfangreiche Marketinginitiativen, die es ihr ermöglichten, die Nutzung der Marke Bob Ross über den Bereich der Malmaterialien hinaus auszuweiten. Darüber hinaus schloss Joan einen Vergleich mit Steve Ross und Jimmy Cox. Aufgrund dieser Vereinbarung wurde Bob Ross Inc., im Gegenzug dafür, dass Steve Ross seine künstlerische Laufbahn fortsetzen konnte, ohne Angst haben zu müssen, verklagt zu werden, was ihn nach dem Tod seines Vaters meist daran gehindert hatte, in der Öffentlichkeit zu malen, die Nutzung von Bobs Namen und Bild zu erlauben. Daraufhin gab Joan eine Neuauflage von The Joy of Painting in Auftrag, die auch Bilder enthalten sollte, die Bob für Staffel 32 vorgesehen hatte. Nicholas Hankins, ein zertifizierter Lehrer von Bob Ross, Inc., übernahm die Moderation der Wiederbelebung. In Anbetracht dessen, was sie erreicht haben, fragen sie sich vielleicht, wie die Kowalskis die Bob Ross Inc. ohne die Unterstützung von Bob Ross oder seiner Familie führen. Tatsächlich verabscheuen die Anhänger von Bob Ross die beiden und haben es sich zum Ziel gesetzt, die Organisation auch weiterhin nicht zu unterstützen. Um die Gier der Kowalskis in einem viel größeren Maßstab auf der ganzen Welt zu entlarven, hat Netflix sogar einen Dokumentarfilm produziert, der seinen Abonnenten zur Verfügung gestellt wurde. Der Film enthüllt die ausbeuterischen Maßnahmen, die das Unternehmen nach dem Tod von Ross im Jahr 1995 ergriffen hat, sowie die Herzlosigkeit der Kowalskis gegenüber seiner Familie und seinem Sohn Steve Ross. Zahlreiche Personen, die sich über die Umstände aufregten, riefen im Büro des Unternehmens an, um ihre Unzufriedenheit zu äußern oder sie äußerten ihre Kritik an der Organisation in den sozialen Medien. Bob Ross, Inc., wurde von Fans des bekannten Landschaftsmalers Bob Ross kontaktiert, der für sein markantes, lockiges Haar bekannt ist. Die Kunden suchten nach Antworten. Das Unternehmen entschied sich, nicht an dem Dokumentarfilm teilzunehmen und gab stattdessen eine schriftliche Erklärung ab, in der es eine Reihe von Behauptungen widerlegte. Ihr allererstes Interview für Vanity Fair gab Joan Kowalski jedoch im Jahr 2021. In diesem Interview ging sie auf die Fragen ein, die der Film aufgeworfen hatte. Joan hoffte immer noch, dass die Leute aufhören würden, sie zu hassen, obwohl sie von den schlechten Gefühlen, die die Fans gegenüber der Firma hatten, am Boden zerstört war. Was denken Sie über all das, was Steve über die Kowalskis verraten hat? Und glauben Sie, dass Joan sich anders verhält als ihre Eltern? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar und lassen Sie uns wissen, was Sie denken. Falls Ihnen dieses Video gefallen hat, denken Sie bitte daran, es mit Gefällt mir zu markieren, es mit anderen zu teilen, die Sie kennen und die vielleicht Interesse daran haben, es zu sehen und unseren Kanal zu abonnieren. Wir freuen uns über Ihr Interesse.